Warum öffnet es sich nicht, Beckett? Und du hast gesagt, er sähe danach aus, als wäre er bereits auf der Dane geöffnet worden. Ich will, dass er geöffnet wird. Du, du und Beckett, ihr findet einen Weg, um ihn zu öffnen. Ich muss wissen, was da drin ist. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Ich habe meine Meinung bereits, um die Sarcophagus zu öffnen. Wenn nur um die Stadt zu zeigen, dass Gehenna, aufgrund der populärer Hoffnung, nicht begann hat. Sie haben Lacroix gehört. Lassen Sie uns jetzt einfach öffnen und ihn uns damit vom Hals halten. Und was glauben Sie, was drin ist? Und was glauben Sie, was drin ist? Scherzkeks, das wären ja gleich drei Windscher auf einmal. Und wie öffnen wir hier hin nun? Hm... Fortunately for us, I know of someone who has distinguished himself in this field. Hm... Nee, die zweite Folge ist nicht so toll. Sie meinen den Typen im Geschichtsfernsehen mit dem Koko... Mit dem... Kokosmussheim? Mit dem macht das Lernen richtig Spaß. Das kann ich nicht bringen. Das ist zu hart. Okay, wen? Sein Name ist Dr. Ingvar Johansson, ein Professor von Archeologie aus Norwegen. Er war derjenige, der die die Sarcophagus zu finden. Und, so wie ich weiß, die einzige Autorität auf ihrer Origin und Design. Ja... Und warum ist er dann nicht hier? Until yesterday, he could have been found in his suite at the Empire Hotel downtown. But when I stopped by earlier this evening, all I found was spilled coffee on a morning paper. Appears he's been abducted. Hm... Verdammt nochmal, warum muss immer alles so schwierig sein? Oder... Oder? Sagen Sie mir, dass er wenigstens Notizen oder eine Statistik oder sowas zurückgelassen hat? Hm... Sagen Sie mir, dass er wenigstens Notizen oder eine Statistik oder sowas zurückgelassen hat? I did find a pair of bikini swimwear and a book detailing the origins of various Turkish dialects. Hm... Verdammt nochmal, warum muss immer alles so schwierig sein? Where's the fun without complications? Du bist mal so sympathisch, Beckett. Und wo ist er? I detected the scent of myrrh incense, which is usually burned in monasteries. Also, I found beach sand in part of a muddy footprint. Putting two and two together, I located a monastery near a beach in Malibu. Where I believe Hunters are holding Johansson... The Jäger... Ech... Ja... Okay... Was wissen Sie? Du bist mir sehr sympathisch. Hm... Die Jäger haben diesen Kerl und was könnten die Jäger von einem Archäologen wollen? The Hunters abducted Dr. Johansson for his own protection. Ah... Or at least that's how they justified it. He's being held by the Society of Leopold and used quite ingeniously as bait for Prince LaCroix's Minions. Klar... Und hast vielleicht noch eine Idee, wie wir ihn da rausholen? You'll have to go to the monastery and find a way to the tunnels beneath where the Hunters are holding Johansson. I'm afraid I can accompany you. But then it's best you go alone. Too many of us might set them off. Like fundamentalists on contrary opinion. Du hast ja schon verdammt viel rausgekriegt. Also... Naja... Und da du Forscher... Mehr oder weniger Forscher bist und nicht wirklich Kämpfer... Ist klar, dass du da nicht hin willst. Und... Ich frag dich trotzdem... Sie gehen nicht mit? Oder wie gelange ich dorthin? Hm... Hm... Ach... Wie ich da hingelange... Das kann ich mir schon denken. Wir sind gegen Ende des Spiels und natürlich gibt es Gegner Massen. Also durch Metzeln. Na gut... Sie gehen nicht mit? Ja, du solltest besser aufpassen, also... Naja... Sie hätten auch einfach sagen können, weil ich Angst davor habe. Dann gehe ich eben... Alleine. Oder... Hm... Hm... Nee... So, 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 so... So direkt muss ich nicht sein. Na schön. Dann bin ich gelang nicht dorthin. Ich würde nicht gehen. Sicherlich hat Sebastian bereits eine Cab-Fare gefordert. Ich bin sicher, dass er immer keine Kosten verbraucht, wenn die Archeologie zu sein ist. Du bist mir seiner. Du drückst gleich wieder an Lacroix die Kosten um den Holz. Aber... Er hat's ja. Hm... Habe ich noch Fragen bevor ich gehe? Ich bin bereit, den Professor zu befreien. Ich komme sofort wieder. Hm... Ich würde... Ich habe erst mal noch ein paar Fragen und ich... Haben Sie sonst noch etwas über die Dünmblütigen erfahren können? Äh... Ja... Ich hätte da... Diesen einen mit dem Holzpflock... Zu Lacroix schicken können, damit er ihm fällt. Das wäre eine alternative... Version gewesen. Aber das habe ich nicht gemacht. Und so bekomme ich... Naja... Ähm... Magst du mir noch ein bisschen was über dich erzählen? Hm... Hm... Ich habe schon ziemlich viel über mich gesagt. Ich weiß sogar weniger über dich, als du mir. Hm... Wie sie, sehe ich in mir eine Art Gelehrten. Es gibt keinen Ort in der Welt. Ich verweigere mich dem Zier in mir. Wenn ich meine Menschlichkeit verliere, was bliebe mir dann noch? Ich hoffe, dass du immer so fühlst. Ich hoffe, dass du immer so fühlst. In 100 Jahren fühlst du dich. Ich habe gesehen, dass einige der größte, respektive Kolleginnen und Kollegen Ich habe noch eine andere Frage. Komm... Du sollst mir so viel beantworten, wie du kannst. Hm... Sie haben vorhin von Gehenna gesprochen. Glauben Sie, dass Akkofag ist ein Teil davon? Du glaubst das später? Ich glaube auch. Okay... Erzähl mir noch ein bisschen was über die Leopold-Gesellschaft. Ich komme sofort wieder, wenn ich im Kloster war. Erzähl mir noch mal kurz mit dem Prinzen anschnacken. Du hast einen Weg, den Akkofag zurückzubekommen, hat eine Menge Geld verschlungen. Ja... Das hat es wirklich. Ich kann nicht meinen Protégé aussehen, kann ich? Du findest, dass ich sehr dankbar sein kann, die mich gut benötigen. Du hast mich gut gemacht. Wow... Danke, ich hätte da eine Frage... Ja, doch, ich hätte eine Frage... Hm... Wirst du mir das verraten, wenn ich dich frage, was in dem Akkofag ist? Ich bin gespannt. Hm... Ja, ein Vorsinnflutlicher... Die Antidiluvians sind die mythischen Progenitors, für die sie ihre Blutlinien betrachten. Und in der Mythologie sind sie von Cain, der legendärer erste Vampir. Hm... Ja... Und jetzt mal stelle ich mich auf ganz dumm... Wer ist Cain? Wie in der biblischen Cain und Abel? Bevor du zu viel Stolk in sie verpasst, wirst du, dass die Kirche und all ihren Mythos sind Blende von Kindern und Mortal-Medling. Sie schreien, um schweige Geist zu regeln. Das ist alles Beckettsfeld-Expertise. Wenn du eine Lehre möchtest, fragt ihn. Ja, super, danke. Äh... Ja, ich hätte da noch eine weitere Frage. Und zwar wegen den Kuijin. Die Kuijin? Äh... Die Kuijin? Traditionally, die Kuijin hat in den Asien-Territory, und die Kindred Europe, und später in Nordamerika. Aber inzwischen, sie verletzten die West-Koast. Sie verletzten auf ein substanierter Niemals. Sie verlieren die Organisation der Camarilla, und denken nichts über die Mascherade. though we share similar traits, there is no fraternity between us. We embrace. They rise from the grave. They do not know the pleasure of blood. They are without clan. Wölfe? Wieso jetzt Wölfe? Wir haben im ganzen Spiel noch nichts über Wölfe gehört, also warum sagst du mir jetzt was für eine Gefahr über Wölfe? Na so, du sagst mir jetzt durch die Hintertür, du hast zwar ein Problem mit einem Werwolf, aber das Problem wurde dadurch gelöst, weil es nicht mehr genug Wald gibt. Für die Werwolf, ja gut, dann ist das für das erste das alles, nein, prob, dann ist für das erste alles, blöde Satzstellung. Das war's erstmal. Eie, wir gehen shoppen. Leopold-Gesellschaft, Jäger, ganz gefährliches Pack. Aber nichts gegen den Werwolf, mit dem wir es danach zu tun bekommen. Okay, wenn wir zur Leopold-Gesellschaft gehen, ist noch nicht das Ende erreicht. Das ist der Griffett-Park, das ist Endstation. Gut, wir gehen in die Diskothek, schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Geld kriegen. Gut, wir gehen nicht. Vielen Dank.